einen wunderbaren guten morgen das fängt ja schon gut an mein unkaputt paar reifen hat platten ich weiß gar nicht hier ist nur laub ja da werde ich jetzt wohl dann mal den schlauch wechseln müssen seht ihr wieder eine lektion gelernt sagt er letztlich habe ich ja 23 kilogramm gepäckstück zurückgelassen und unter anderem auch zwei schläuche ich dachte na ja brauche ich nicht ja unkaputt paar reifen kann nichts passieren ist bisher jetzt auch nichts passiert und jetzt habe ich plötzlich in platten ja und ich weiß nicht woher das war ein ganz sanfter waldboden und jetzt hatte ich ja gott sei dank dann wenigstens noch mein notfall spray mit so einem schaum was man dann irgendwie rein pumpt und das dichte dann ab und ja gestern habe ich gesehen dass hier in 600 metern entfernung irgendwie ein fahrradladen ist aber ich habe kein datenvolumen mehr auf dem handy ja das heißt mir lädt auch keine karte und nichts mehr das ist auch voll die scheiße aber ab nächstem monat habe ich das doppelte und ja den muss ich jetzt erstmal finden damit den schlauch kaufen kann man sollte der reifen bis dahin wieder luft verlieren dann kann ich ihn ja auch gleich austauschen vor jetzt habe ich mir zwei neue schläuche geholt und ich hoffe dass die luft im reifen hält ein spray hatte der jetzt leider nicht mehr das muss mir anderweitig nochmals besorgen weil das ist wie man es mal wieder gesehen hat wirklich gold wert ja der händler meinte dann noch und das könnte ja auch übers jura fahren also quasi über das kleine gebirge deshalb viel viel schöner und sei auch nicht so eine rennbahn wären 100 kilometer nach regensburg noch immer ja aber so lange reichen meine akkus nicht und immer bergauf da brauche ich echt viel davon deshalb laufe ich jetzt doch lieber am wasser entlang weil ich da einfach auch so ziehen kann hier ist überall hunde verboten ausdrückliches hunde verboten soll ich jetzt um die stadt rumlaufen die können mich mal den einen weg darf ich nicht laufen und jetzt nach einem kilometer kommt das hier ich kotz gleich es ist echt unfassbar ich komme hier nicht rüber es ist gesperrt auf der anderen seite ist absolutes hunde verboten also wirklich das war so nervig in einer stadt zu sein dann war sie ein riesen areal komplett sperrt wenn mein hund hat ich bin jetzt trotzdem durchgelaufen weil ja ich hätte auch um die stadt rumlaufen können wären dann zehn kilometer mehr gewesen oder so und ganz ehrlich bei solchen scheiß auflagen habe ich auch keinen bock in die stadtmitte zu gehen und mir das anzugucken das lohnt sich einfach nicht punkt ich fühle mich ausgegrenzt nur weil ich anders bin als andere hundehalter also eine weise entscheidung war das jetzt nicht am kanal entlang zu laufen ich überlege mir echt ob ich das hier abbrechen und tatsächlich anders laufe weil es ist nur verkehrslärm eigentlich ist total nett zu laufen aber es ist wirklich nur verkehrslärm weil hier rechts die straße von einem entlang führt was nicht wirklich toll ist und hier ist es auch ein bisschen der radfahrer autobahn die zwei in echt rasen und liebe radfahrer könnt ihr auch mal hallo sagen hat euch irgend jemand anstand beigebracht wirklich dafür fahren 20 radler an einem vorbei sie klotzen dich an als ob ich vom mars käme aber ein hallo oder ein kopfnicken kriegt keiner zustande erbärmlich ich habe echt hunger und dann krieg ich so eine sehr überschaubare portion lustsalat auf den ich mich so gefreut hatte ich habe jetzt das flusstal verlassen und mache mich auf zu einem campingplatz der acht kilometer von hier entfernt ist weil ich nämlich vorhin eigentlich eher durch zufall gesehen habe dass für die nächsten zwei tage bis zu 36 grad angesagt sind das ist echt too much zum laufen vor allem für thürion seit 4,5 kilometer geht es nur den berg hoch und leider sieht man außer den filmaufnahmen nie wie steil es eigentlich ist und ich bin glitschnass ich musste jetzt echt rennen und es waren über acht kilometer und es ging eigentlich nur berg auf ich habe jetzt ziemlich genau zwei stunden 15 minuten dafür gebraucht aber viel schöner zu laufen als jetzt da nur am kanal aber ich bin jetzt total am arsch jetzt noch zelt aufbauen dann schnell duschen gehen und denke ich unten ins gasthaus und hau mir irgendwas riesiges rein vielleicht noch mal einen worstsalat einer der schmeckt dieses riesige monströse schnitzel was mich jetzt über diesen schrecklichen wurstsalat hinweg getröstet hat findet leider keinen platz mehr auf diesem video ja deshalb es war lecker und wir sind hier auf einem ganz tollen kleinen campingplatz angekommen mit einem netten gasthaus dran und es gibt hier nämlich auch einen Weiher zum schwimmen sowohl für menschen als auch Hund Hund brauche ich mir keine Sorgen machen der schwimmt eh nicht aber ich werde morgen mich dann an den Weiher legen und übermorgen auch und bei der Hitze wirklich ich muss Thüringen schon ich würde echt laufen also weil mir das nichts ausmacht aber Thüringen hat halt sein Winterjäckchen an und da wird es dann doppelt so heiß deshalb nehme ich Rücksicht auf den Kleinen und ich nutze die Zeit und tue was für meinen Plassen oben Oberkörper echt ich sehe aus wie ein Zebra das geht gar nicht also zur Lidstraffung zur Fettabsaubung und zum Pump it up my ass brauche ich auch noch ein bisschen Farbe auf dem dicken Bauch und jetzt besonders für dich ja 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 ja